Musik Hi Leute und herzlich willkommen bei TZI TZTUBE! Und wir kommen heute zu einem Battleship Rager Mit dem guten Christian und mit der SBC-Karte Sieht richtig krank aus Aber Jungs, die zwei Streithähne Haben sich wieder einbekommen Steini, vielleicht gibst du mal ganz kurz ein Statement zu Timo Was da jetzt aktuell los ist, interessiert viele Habe ich Timo da gerade gehört? Dann brechen wir hier direkt ab An der Stelle Hello again, meine Freunde Battleship is back, auch bei den Teasys, Freunde Ich habe vielleicht Bock Weiß ich noch nicht Ich weiß noch nie, bis das Team steht, ob man Bock hat Dein Team kann noch so geil aussehen Du weißt es aber safe bei der Aufnahme Du wirst es so nie antreffen Du wirst es so nie antreffen Das ist das Bittere Und wir haben natürlich beim guten Steini auch eine Folge aufgenommen Link dazu Habt ihr euch ja dann nach dem Streit und sowas Habt ihr euch wieder versöhnt und sowas Checkt es einfach aus, da bekommt ihr alle Infos Link dazu ganz oben in der Videobeschreibung Und dann würde ich auch schon sagen Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Like die Scheiße, abonniert, was weiß ich Ich würde sagen, wir starten direkt durch, oder? Spiele auf die Bank, let's go Ja, obwohl ich lass mein Team so stehen direkt Dann geht es schneller Bei 30.000 Likes, ja Drücke ich ein Pobel Simon ins Auge Weiter geht Und bei 40.000 Likes Fuhrt sich Timo live vor der Kamera ins Gesicht Und bei 50.000 lade ich auf jeden Fall ein Video bei mir auf dem Kanal hoch Okay Du bist mir schade auf jeden Fall Aber was ihr noch sagen müsst Cristiano bleibt vorne stehen Genau Ja, gut, dass du es sagst Ich halte mich hier raus Ich habe es gesagt Aber er ist schon wieder überfordert Tauboga ist überfordert Halt dein Board Tauboga Halt dein Board auf jeden Fall Und pass auf, dass ich jetzt mal nicht was sage Weil dann gehst du weint aus der Tür raus So, abfahrt Der bleibt doch Ach stimmt, der bleibt So, dann haben wir die Spiele auf die Bank gepackt Und dann würde ich sagen Steini, ja Beginnst du auf jeden Fall Ist ja auch dein Format Ist ja auch dein Format Ja, aber ich kann es nicht Das ist ein Problem Ja Warum erfindest du es dann? So, wir starten mit den drei ZOMs Linker ZOM hätte ich gerne die 2 Komm, was Mittlerer ZOM die 10 Und rechter ZOM die 12 Also wenn du da keinen Gamechanger kriegst Dann bist du theoretisch schon am Arsch Jo, alles klar Dann, ja, sind wir bei dir dran Du, du, ich halte mich da raus Ja Ich habe gedacht, du packst es so Die 12 Steine, die tust du direkt mal links ins ZOM Ja, wusste ich, danke So, klar Links Ja Ja Die 4 ins mittlere ZOM Ist auch klar Oh Alles klar Das ist, das könnte böse werden für euch Die 4, ne? Ja Ja Und die 7 ins rechte ZOM Und das wird richtig böse für euch Ja, ja, ja Habe ich mir so gedacht Darf ich euch sagen, dass zwei Positionen so stehen, wie sie am Anfang stammen? Ja Oder prank ich euch hier Man weiß es nicht, Freunde Wir machen weiter mit den zwei ZDMs Das war echt, das war echt Komm, Abfahrt Linker ZDM hätte ich gern die 8 Das ist richtig, gell, ja Und rechter ZDM die 11 Okay, jawoll Ja Dann sind wir bei dir dran Mhm Dann hätte ich gern links ZDM die 11 Ja Und rechts ZDM die 1 Die 1 hat gefickt Ach du Scheiße, Alter Okay Okay Abwehr, ne? Mhm Linker Verteidiger die 9 Okay Linker Innen Verteidiger die 1 Okay Rechter Innen Verteidiger die 7 Okay Und rechter Verteidiger die 5 Okay, 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 okay Kann man fast mit arbeiten hier sogar, ne? Ähm, dann fangen wir bei dir an Linker Verteidiger die 6 Rechter Verteidiger die 5 Rechter Verteidiger oder rechter Innen Verteidiger? Rechter Verteidiger Alles klar Linker Innen Verteidiger die 9 Ja Und rechter Innen Verteidiger die 3 Ah ja Ich würde mich gern freuen Rechter Innen Verteidiger, ne? Ja Ich krieg hier, ich krieg hier ein richtiges Problem Rechter Innen Verteidiger die 3 Die 3 2 2 mal 3 macht 4 Bitte, bitte, bitte Und 3 macht 9 Ich mach mir die Welt Bitte, bitte, wie sie mir gefällt Ich krieg hier ein richtiges Problem Das gibt's noch gar nicht Torwart brauche ich hier dran Und 6 Torwart ist 6? Ja Ja, top, Digga Top Ja Ist bei dir der Torwart noch drin? Ich sag gar nichts Okay, er sitzt da auf der Bank, Digga Konzentrier dich Die 8 ist niemals ein Torwart Abwart Ganz kurz, dein Torwart war die 2 Nein, die 10 Ja, Digga Burschti Weißt du, was das Schlimme ist? Ich hab 4 Game Changer Also, Jungs, ihr seht's gleich Wir bauen schnell die Teams um Dann seht ihr, was das ist Was sogar noch besser ist So, sind wir mal gespannt, ne? Auf Steinis Team hier Oh, sein Dobby hat er am Stisse Scheiße, Alter Ey, der hat die bessere Chemie, ne? 390 Chemie, Alter Ja, der hat sein Team, ey Der steht ja fast komplett Slutgo Ich geb ihm am Kommando Shoot Und dann muss Abfahrt kommen Ja, alles klar Warum nervt du denn jetzt oder mich? Shoot, shoot Ja, jetzt shoot, shoot Was ist denn das hier bei mir? Jawoll, Fabinho So werden Legenden erschaffen Ist so, Alter Oh 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 Der hat hier alle Läuft er wieder Oh Oh Das war ein Des Eigene Mann, ne? Ja Hab ich aber auch zu spät Zu spät bemerkt, irgendwie Oh, was machen die denn? Was macht der da? Warum rennt er einfach in die Quere? Reiß dich zusammen, wie Dobby kann keine Unrealistisch Dobby kriegt keine gelben Karten Oh Fuck aber Ja, jetzt gerade wieder Oh Oh Bebe Bebe, nein, nein, ist da Komm schon Oh je Oh je, oh je Nein, nein, nein Oh Da war ein Loch im Netz, glaube ich Ja Oh, oh, oh Was packt das denn aber auch so rum Weiß es nicht Gerade aber auf einmal wieder Ab 025 So So, komm ab Oh, was mach ich denn aber auch gerade Hachi, Alter, schön Und Ballführung ist nicht schlecht von dem Oh, ich wollte den Schiri umwixen Der Casimiro läuft aber auch nicht ein da Christiano Ich hab extra den reingeschirrt, weil der ein bisschen größer ist Das hängt, du kannst gerade gar nichts mehr aufdrücken, ich glaube, er versteinigt gerade widerlich, ne Stark Let's go, Alter Let's go, Alter War echt brutal Ich hätte nicht gedacht, dass du ihn durchsteckst, Alter Ja, aber ganz ehrlich, dass er da durchkommt, ist auch als Lack Von 10 Mark kommt einer durch Auch da wieder, du hast 2 Schüsse aufs Tor, ne Und waren gefährlich, ohne Torwart sind sie drin Ja, klar Aber ist er halt Ihr bei euch auf dem Kanal habt ihr kein Glück irgendwie Wenn ich mich an der letzte Einer da Ist jetzt eigentlich das Duell der Streithähne hier bei euch zwei Ach, jetzt spielt er ein anderer, ne Soll ich auch mal eine Chance sehen Ja, ja Ah, ja Wow Wow Falscher Fuß Deine Schuze Und Abzug Ja, wow, Keeper, guter Mann da, ey Alter, wie holt er den denn da? Das sind doch Dobby-Dinger, Alter Das sind eigentlich Dobby-Dinger Kommt er mit seine Segelohre angesegelt, Alter Ja, easy Ah Ich hätte ihm jetzt zugetraut, dass er den einfach abprallen lässt Oder sowas, kann gut sein Kann gut sein Kann man ja Ich hab jetzt mal Emu 2 Tore gemacht Das letzte Mal, wo ich vom Stein gewurt, ich hab gewaltigt, Alter Habe ich geschmiert, habe ich zu Komm, Christiano, auf geht's Guck mal, das ist jetzt der zweite Scheißball, der hebt ja die Hand Ah, Talitsch Talitsch hat aber eigentlich gute Werte, Alter Eigentlich, ne Mit der Albert, komm Mit der Albert, komm Auf Dobby, ablegen Ich hab auch total Egal, Arschlänge, spiel ich voll Gas Steini, hast du Arctel so ein bisschen tief bei dir in FIFA, er läuft nicht so viel Ja, ich wusste nicht, dass man für Fußballer und Torwart braucht Ja, Defensiv ist halt bei dir ziemlich schwach, ne Irgendwie so Oh Mann, das ist schön, wenn man immer schöne Gegner ein bisschen runter machen kann Und sowas Ja, gibt ja noch eine zweite Folge, ne Ja Boah, ich finde den Christiano ganz gut eigentlich Nee, aber der ist wirklich nicht so beweglich, also nicht so beweglich irgendwie Oh Gott, ey Kriegt aber auch gerade jeden Ball wieder, ne Oh Mann Drei, zwei, eins, Kommentare ab Ja, ich wollte erst für den Torwart investieren, aber dachte ich mir, weißt du was, das wird überbewertet in FIFA Lieber vorne in den Sturm, scheiß drauf, ne Oh, 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 oh Ja, ich muss euch ablenken, anders funktioniert das nicht Christiano, Alter, der hat aber keinen gemacht, der wird den kritisiert halt Ja, ich kritisier ihn weiter, anders läuft der nicht Ist einer, der ruht sich gerne aus, verstehst du? Ah, ärgerlich Stark auf jeden Fall, stark Zwei Stück Würfel, ne Zwei Picks, ne Zwei Picks, ja Muss ich mir nochmal überlegen, wie sah denn sein Team aus So, dann kommen wir jetzt zum Abstoßen Ähm Was hast du denn so in deinem Team? Cavani, ja, Thiago ist jetzt, ne Dein Dobby wäre halt für dich schade Christiano wäre halt ganz gut, ne Ich glaube, Dobby würde am härtesten treffen, wenn wir Dobby treffen Aber was ist denn da sonst noch ein bisschen was wert? Dobby wäre hart, Dobby wäre richtig hart Mit der Statistik wäre der richtig hart, der hat über, er hat 111 Spiele gemacht Scheiß, wie viele Tore? Äh, 82 und 52 Vorlagen Oh, Maschine dieser Dobby Hoffentlich folgt er uns bei Instagram oder home Äh Nimm den Mann Nimm du den Erste Ich nehm den linken ZDM Ja Sagst du was oder nix? Ja, du hast das letzte Mal auch gesagt Rabiot Rabiot war's? Ja, ich hab jetzt euch mal ne Hilfe gegeben Ja, ich hab jetzt euch mal ne Hilfe gegeben Dann nehm ich dein mittlerer ZOM Wuhuuu Dahlbert, Dahlbert, Dalli, Dahlbert Scheiße Wuhuuu Was wäre denn auf der Position von Rabiot gewesen? Äh, Carvani, SPC Was du mir noch letztens erzählt hast, ne? Mit dem Wechseln Ne, ich hab mehrere Male gewechselt Linker Verteidiger war Cristiano, Fabinho hab ich im Tor gelassen Und Hagi hab ich einfach nur nach links verschoben Linker Zerre Scheiße Boah, das hatte ich erst mal überlegt Ich hab auch linker Verteidiger überlegt Aber okay Dann bist du mal wieder gut hier davon gekommen, mein Freund Ja, safe, safe Komm gerne wieder Gibt's doch nicht Und ja, hat aber trotzdem richtig Bock gemacht Ja Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu Steini rüber auf den Kanal Jungs, Link dazu ganz oben in der Videobeschreibung Ja, da sind wir raus Sag, hast du die letzten Worte Ja, äh Ja, war geil Läuft Leider hat er bessere Spiele verloren, tschüss Ciao Ciao, ciao, ciao